. . . . Mama! Wer seid ihr? Ein Freund. Das hier. Genug für einen Arzt. Dafür gebt ihr mir euren Sohn. Für ein halbes Jahr in meine Dienste nach Mailand. Ich verkauf doch meinen Sohn nicht. Auch nicht um das Leben eurer Frau zu retten. Wie lange bringe ich euch jetzt? Immer erste Qualität. Seht ihr euch an? Diesen hier. Kletter wie eine Ziege. Kommt durch jeden Kamin. Anziehen. Perfetto. Meine Süße hat bestimmt schon das Essen fertig. Die wird dich nehmen. Schlipsnase! Was ist denn das? Der Neue. Du kletterst da hoch. Hiermit kratzt du alles schön sauber und dann fegst du ordentlich nach. Ich krieg keine Luft mehr. Das ist normal. Da Kamin Feger. Alles klar? Wir sind die Wölfe und der Trieger gehört uns. Ach. Wir müssen uns wehren. Gegen die Wölfe und gegen die Meister. Wir sind eine Bande. Die Schwarzen Brüder. Wir sind die Schwarzen Brüder! Die schöne junge Dame. Bei Ihnen oben. Das ist meine Tochter und von der lässt du die Finger. Versuch abzuhauen, bekommt seine gerechte Strafe. Wie konntest du nur so werden? Damals haben wir uns ewige Treue geschworen. Wollt dich ernsthaft mit Luini anlegen? Der ist viel zu gefährlich für uns. Der ist Cho-Cho. Wem schnappen wir uns? Keine Angst. Nein, die beschützen mich doch. Wo sind die Schwarzen Brüder? Nein, die schnappen wir uns.